Willkommen in der Verwaltung des Internets. Hier nehmen wir alle Eingaben der Nutzer in den Browser an, verwalten und bearbeiten sie und schicken sie dann wieder zurück. Unser Büro ist eine gut geölte Maschine. Hier greift ein Zahnrad in das andere. Wir arbeiten rund um die Uhr und sind 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche verfügbar. Pausen und Unterbrechungen gibt es bei uns nicht. Jeder Sachbearbeiter ist hier für ein anderes Feld zuständig. Hier zum Beispiel gucken wir jetzt mal der Frau Müller bei den Suchmaschinen über die Schulter. Na, Frau Müller, was haben wir denn diesmal? Juckendes Ohrläppchen-Krankheit. Aha. Nach der Recherche schicken wir unsere Daten wieder an die Nutzer hinaus. Das Ganze passiert hier innerhalb weniger Minuten. Aufgrund der Verschiebung im vierdimensionalen mathematischen Raum nach der Minkowski-Theorie geschieht dies beim Nutzer allerdings sogar in unter einem Elftel einer Millisekunde. Schnell und quick zum nächsten Klick. Und dann Katzenlieder, 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 Katzenlieder. 125 Pferdestärken in Entenstärken. Katzenlieder, 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 Katzenpornos. Ist die Erde flach? Batterie in die Nase stecken. Warum rieche ich nach Zwiebeln? Enthauptungsvideo IS. Ich glaube, ich kündige nicht. Durch unsere speziellen Arbeitsabläufe nach dem klassischen Fordismus können wir eine ungeheure Vielzahl von Anfragen bearbeiten. Im Schnitt bekommen wir in 24 Stunden 11 Milliarden 781.524.633,247 Periode Anfragen. Na, Frau Müller, was haben wir denn diesmal? Na los, Frau Müller, schlimmer als das letzte Mal kann es ja nichts sein. Donald Trump, Angela Merkel, Händler. In Kontakt mit der Außenwelt stehen wir ausschließlich durch unser pneumatisches Druckluftsystem. Wir arbeiten hier vor allem mit unter Druck erzeugenden Verdichtern des Typus 24 AZ. Ist ein Ausfall des Systems praktisch ausgeschlossen. Wir erbringen hier das Verständnis sowie die Handhabung der Bedürfnisse der gesamten Gesellschaft. Unsere Verantwortung. Und jetzt trotzdem mit dem Verwandtes Organtrieb. Ich kann die ganze Scheiße nicht mehr singen! Legt mich doch alle ganz in den Arsch! Ich kann die Scheiße nicht mehr singen! Ich kann die Scheiße nicht mehr singen! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.